Diese Ecke erinnere mich an den Pater Gabriel. Ach, der auch noch. Gut, okay. Es hat noch mehr Verfehlung gegeben, leider. Verfehlung? Ja, gut. Die Menschen sind halt nur Menschen. Ja, genau. War einst ein Caramelito, der Pater Gabriel, versprach der Anna Dunsinger in nagelneue Seele. Ja, 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 war die Anna Dunsinger in nagelneue Seele. Die Anna war ein Mädel, noch jung und wunderschön. Und da zum ersten Male ins Kloster Beichtengehen. Ja, 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 das erste Male ins Kloster Beichtengehen. Da sprach er, liebes Anne, komm doch zu mir rein. Geh in dem dunklen Caramel ganz beichten, ganz allein. Ja, 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 ja Hinauf bis zu die Knie. Ja, 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 greift an die Warte hinauf bis zu die Knie. Nicht nur auf Hauptengliedern ruht die weite Hand, er senkt sie langsam wieder, langsam mit, bis ins gelobte Land. Ja, 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 senkt sie langsam wieder bis ins gelobte Land. Mach, schmach, liebes Arne, greif in die Kutten, Maus, und hol mir meinen Priesterstab des Segen Gottes raus. Ja, 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 hol mir meinen Priesterstab des Segen Gottes raus. Bald schwandelt ihr diese Hinde, in jeden Sankt sie hin. Ach, da hat's nen kleinen Knacks gegeben, die neue Silber drin. Ja, 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 da hat's nen kleinen Knacks gegeben, die neue Silber drin. Drum all ihr braven Mädel, wollt ihr ne neue Seele, dann geht's zum Karmelita, dem Karmelita, dem Karmelita.